Kein Goblin! Untertitel machen wir mal an, hilft immer ganz gut, wenn man nicht so gut mit Englisch kann, beziehungsweise man Englisch kann, aber vielleicht nicht mitkommt sonst, wenn die zu schnell reden. Extras brauchen wir gerade nicht. Neues Spiel! Ah, die Stadt der Rundfunk. Die große Schwierigkeit. Die Stadt, die immer dreht. Wenn du hier durchdrehen kannst, kannst du überall durchdrehen. Jetzt, du merkst, dass die Dinge hier ein wenig pekulier sind. Na ja, das ist, weil es hier ein Rundfunk ist. Jeder machte Dinge anders hier. Aber ich bin vor mir. Hi da, äh... Gio-Riggio-Manus? Great. Well, I'll be the instructor for your limousine operators test, so just keep things straight and quick and this will be over ASAP. Hm. If only our pal here could see inside Giorgio's head. See, there's only one way this chauffeur drives. And it's with a twist. Giorgio never stopped revolving. As a kid, Giorgio learned to move with the spin, instead of fighting. Ähm... People, small obstacles... Nothing could stop Giorgio from twisting and turning. Well, except for buildings, landposts... You know, things taller than a limousine. But against everything else... unstoppable. Okay, das wird jetzt blöd. Stop here at the DMV gate. Well, I guess you passed. Barely. Here's your driving report. You'll get one of these after every ride. Enjoy the thrilling world, that is the luxury transportation industry, I guess. Yes. With a limousine, the world was Giorgio's oyster. Passengers everywhere would experience a true revolution in transportation. But at what cost? Ich hatte dieses Spiel jetzt schon seit 10 Monaten auf meiner Steam-Liste, also... Hey, kid. Der Name ist Mickey. Mickey the Mechanic. Ich habe niemals jemanden fahren, wie du gerade in der DMV hast. Kannst du mir etwas mehr zeigen? Ich brauche einen Rennen in meine Shoppe auf dem Block. Und ich habe einen Rennen in meine Shoppe auf dem Block. Irgendwie kann man aber, glaube ich, auch... This spinning thing is even better from the inside. Ganz soft. Woah. Das ist meine Upgrade Ability. Oh! Das ist der Zukunft des Transportes. Du und ich, Kind, wir können überall gehen. Okay, okay, du hast mich gerade besprochen, das ist ein bisschen weirrt. Aber, Kind, wirklich, denk mal. Ich werde gleich hier in der Garage sein. Aber, ich glaube, die Zeitlupe ist bis jetzt ganz gut. Ah, ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Boah. Nope, 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 nope. Hi, driver? Sorry, my car is stuck at the stupid mechanics and my kid is late for school. Can you give her a ride there? Thanks. Okay. The meeting silently was Giorgio's bread and butter. With just a quick look at the stare on that adorable munchkin, Giorgio knew they needed food. Ja, lass mich doch mal. Also, ich glaube, das Kind wird gleich mega traumatisiert sein. Oh, ja. Das wird gleich sowas sonst Gutes, Psychiater brauchen. Wow. Oder auch nicht. Ja. Von Schửton. Unmaß... Ja. Laus, all good things must come to an end. Giorgio needed to get these pint-sized pals to school. Na, wenigstens läuft das mit 60 Frames, weil das ist bei sowas noch relativ hilfreich. Left Trigger, or Right Trigger. Nö. Was ist das? Let's take a bite from the school. Ähm. War ich nicht. War doch nicht weg. Oh Gott, die Kinder haben aber auch Ideen. Psychopathenkinder, glaube ich. Die finden das auch noch lustig. Okay. Ich hoffe, man kann die Limousine später noch ein bisschen widerstandsfähiger machen. Boah, das ist ja kein Umwege mehr. Boah, die Kinder haben die geilste Reaktion. Können wir weitergehen, bitte? Bitte, bitte. Ja, Mann, die Kinder haben die geilste Reaktion. Right Complete. Und wieder auch noch die Spur mit dem reifenden Test. Ja, das geht. Wie gut. Wie gut. Die Zeitlupe ist ja das Beste. Ich bin mal gespannt, was wir noch bekommen werden. Ich bin mal gespannt, was wir noch machen. Ja, Mann. Ich gehe nach der Schule-Baseballspiel. Oh, das ist du. Ja, also ich beinahe both Driving and Baseball. Wollt ihr ein großes Problem darüber machen? Die Kinder werden sich nicht selbst basieren. Los geht's, Giorgio. Okay, gut. Interessiert ja die Passagiere zum Glück nicht. Es erfordert auf jeden Fall einen besonderen Fahrstil. Ja, ich weiß. Die Schule hat all diese Geld auf Erlernung, Gebäude. Aber sie können sogar eine Baseball-Stadion auf dem Campus setzen. Priorities, am I right? Ahhhh? Das ist eine blöde Idee. Wie kommt die aus der Limousine raus? Gute Frage. Ist der gerade in ein Straßenschild gelaufen und explodiert? Oh, man, Dusty. Es ist besser als ich dachte. Ich weiß nicht, ob was sie machten, was sie sogar machten. Okay, kids, listen up. Hey, listen up! Ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber in dieser Stadt, wir spielen. Baseball. Siehst du diesen Schauffer hier? Auch Giorgio kann besser Baseball spielen als du. Zeig ihn. Giorgio hat niemals eine Limousine als Baseballball benutzt, aber es ist eine erste Mal für alles. Erst Base, zweitens. Bringt es nach Hause. Ach so. Okay, kids, see, that's how you do it. Now get out there and give me 10 laps. Come on, move, move, move! Das ist so gestört. Die Ball Challenge? Was ist das? Giorgio, die Schule ist bemerkt, dass ich jetzt soccer taughte. Eigentlich ist das nicht mehr in Amerika. Du findest ein, der wissen, was soccer ist. Kannst du diesen Kindern zeigen, wie du ein soccerball in der Spotslöcke legen oder was, was du in deinem Sport tun hast? Ähm. Bounce the ball. Okay, was muss ich jetzt machen? Ah, what the fuck? Challenge complete. Immerhin. Platz 1 gegen Freunde. Ja, keiner meiner Freunde hat Roundabout. Also ist das nicht unbedingt die große Sache. Hallo. Äh, ich schaue meine Datei auf der Straße. Na, äh, ich meine, wir sehen uns später ein Film, aber, äh, sie ist nur mit mir. Oh, Gott. Oh nein. Was ist, wenn sie die Blumen verbringt? Verdammt, Steve, du hast alles verbrannt. Was geht denn, wo du gehst? Was, wenn sie auf, äh, allergisch auf Explosionen reagiert? Aus irgendeinem Grund kann ich nicht die Zeit verlangsamen. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie sie nicht die Zeit verlangt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich muss noch mal zum Thema... Ach, jetzt geht's auf die 14 weiter. Oh, ja. Ich muss auch die W-Punk natürlich abfahren, ne? Hey, was ist mit dem Stream los? Mein Avatar ist da und da dreht sich was, also ich glaube, das ist nicht gut. So, do you like movies? Yeah, movies are okay. Do you like movies? Yeah, I love movies. What about you? Thanks, so do I pay you now or later? Or do I... Thanks, Giorgio. Wait, you got a limo to drive us to the drive-in theater? Damn it, Steve! Wait... Moment. Da stimmt was nicht. Bis gleich. So, da war der Streamer gerade abgeraucht, beziehungsweise OBS. Giorgio was beginning to get the hang of this whole limousine for hire thing. Little did Giorgio know that a curveball was about to land in the backseat. Thank you, thank you, thank you! Are you, you're Giorgio? Ah, thank goodness you're here. I'm running a little behind. You see, Julicas wedding, is it 11, not 1? So we need to book it. Let's go, Giorgio! Okay. Bring Elizabeth in the church. We can do it. Right on! Do you do this all the time? Spinning is fantastic! Oh, girl! This is so far out! Do you come up with this? You could call it Giorgio's turnover car. Wait, no, that's stupid. How about involving Giorgio's spinning limousine? I'll get back to you on that one. Come on! 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 Oh my gosh! You are just the bee of the knees! Thank you so much! Hey, so... I'm only a town for a little bit, but... I could sure use a groovy driver like you to show me around. And hey, having someone in uniform take me for a spin around town would be a pretty groovy bonus, right? Oh, bless you, my child. We appear to have something of a problem. I'm meant to be joining two people in holy matrimony, but we appear to be missing the groom. We must fetch him, post haste. Oh, I knew this would be a bad one. This gentleman seemed disreputable from the start. So shame. The bride is such a peach. She could definitely do a lot better. I think I see him. We'll pass him and I'll drag him in. We got him. Head back to the church. Okay. Leute überfahren ist offenbar keine Sünde. Alsminst nicht, wenn es um eine Hochzeit geht. Wieso kann ich die Zeit nicht verlangsamen? Das konnte ich doch vorhin auch. Wieso? Wieso? Thank you, my son. This hungover wreck will marry the lovely Julia, and it's all thanks to us. No, no, I can't do this. New plan, Giorgio. I dropped this wreck off in front of the church, and you dropped me off at the bus stop up north. Sound reasonable? Oh, don't give me that judgmental stare. Would you marry these two if you were in my shoes? Well, I had a good run, I reckon. Well, you've already sunk a little deep, so you don't have a problem with that I'm going to drive all the cars. Well, what's done is done. Lord forgive me for abandoning my flock. Good luck to you, Giorgio. Well, I suppose it's time to move again. I hear the mountains are lovely this time of year. Bonjour, Giorgio. Nonon, I will not be riding with you today. I am, how you say, watching from afar. Well, I have heard stories about a new driver with a certain... ...je ne sais quoi. Care to show me your magic? Finney? Where did you talk about your novel idea? Where did you speak French? Where did you speak French? Where did you speak French? Aha! But how did you change directions? Oh, that's all. Very clever, Giorgio. Oh! That's cool! Oh! That's cool! Untertitelung des ZDF für funk, 2017